jo moin also willkommen zurück zum wasser relator 21 wir sind immer noch dabei beim aufwerten sanke ist es jetzt runter und es fehlt jetzt weiter jetzt mit das ist doch die große frage die wir noch haben müssen uns fehlt danach nur noch aber ich habe eclips bay und die view also wie sie noch zu tun weil zimmer wird es durch oder der weiter eine alte stelle oder so ich gucke gerade ja jeder schlopft gut fangen wir an jetzt auf jeden fall mit der gefahr mit medaille oder machen wir haben alles zusammen ich überlege gerade aber jetzt anfangen sollen schon weil wir sind die eine alte stelle muss auf jeden fall gemacht werden wir machen ja wenn ich bin sonst ist auch ein bisschen außen ein bisschen außenseiter hier das ist wenn ich bin aus harvard zusammen das könnte man auch die würde ich machen das sind schon einige alte stellen wir machen dann hast du will mir als sie wir haben jetzt die linke ecke hier wird Seaview Beach So Das ist die Verarschen Cliffview darf nicht Verwundene Routen 5 Aber macht es anders Ich gucke gerade So, ich bin verwunden Das haben wir hier 29,25 Löschen Ja, wie gesagt, wir machen heute ein bisschen was anderes noch Wir nehmen eine neue Wir fangen heute ein bisschen was Neues an Äh... Point Lobos Avenue Point Lobos Avenue Point Lobos Avenue Seaview Point Seaview Point Bisschen verarschen Ah... Ich will eigentlich gerne eine neue Route erstellen Warum darf ich nicht eine neue Route erstellen? So Ah... Let's start away Point Lobos Avenue Point Lobos Avenue Seaview Point Seaview Beach Seaview Beach Cliffview Mathieu Wird mich verarschen? Wird's mich verarschen? Wer willst mich jetzt echt verflachsen? so also noch mal neu manche wollen mich gerade ein bisschen ärgern auch mann da ist noch einmal sie view drehbar hier hoch wieder den brauchen wir nämlich nicht hier die normakademie brauchen wir nämlich nicht dann immer größte freut mit hilfzeit stop observatory brauchen wir nicht wir machen es etwas anders wir müssen das ein bisschen anders plan ich fahre von der vier runter obwohl ich es nicht muss diese haltestelle hier und wir müssen diese wendelschleife mitnehmen und dann ist es halt praktischer also die heißt dann indigo hill sie view eclips bay und timba mit also das vier haltestellen hintereinander ich muss mich gerade mal kurz die müssen wir haben muss das wir kurz aufschreiben dass wir alle vier quasi mit wenn wir die gleiche aneinander weil wenn ich sprengt und dinge fehlt noch na aber ich habe es warum ist die vicente street damit drin die ist ja für diese selbe ist es gar nicht mit drin So, diese Haltestelle heißt, sie fängt im Indigo Hill an, geht über Seaview, über Eclipse Eclipse Bay, und dann weiter nach Timber Ridge, so, wenn die alle auf 5 sind, auf, so, ich weiß, dass ich jetzt alles quasi miteinander weg mache, ich will Timber Ridge, und dann fehlt es noch Belly Spring und auch das Harbour, also das sind jetzt drei Haltestellen, oder weniger. 1 Indigo Hill, Seaview, verarschend jetzt gerade, Seaview, habe ich sie alle vergessen, verstehe ich nicht. Timber Ridge, Eclipse Bay, haben wir ein Indigo Hill, Seaview, Eclipse Bay, und Timber Ridge, das sind jetzt vier, und dann ist es noch zweieinig, zweieiniger. So, das sind nämlich acht Haltestellen, die hochgepusht werden müssen. Dann sind wir ja sieben davon, sind es eigentlich nur. So, die 18 brauchen wir jetzt gerade. Seaview, ist das jetzt sie, sie nennen wir, warte mal, ich muss die gerade konfigurieren. Und die, die hier, hier, Seaview, Seaview, Eclipse Bay, Spee, 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 Timber Ridge, Timber Ridge, Timber Ridge, auf, Fünf, auch wenn ich die jetzt gerade alles zusammen packe. So, das wird wieder die 48 werden, so wie ich das gerne habe. Damit wir ein bisschen bei so einem bunten Teil sind. So, jetzt fahren wir das ganze Ding. Nein, 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 du sagst mal. Ah, du sagst mich auf muss. Das ist so, dass du sonderst. Du sagst, die Gelenkmus nehmen. Den würde ich eigentlich jetzt haben. Ah. so du raus fertig so also jetzt fahren so wie leid dass ich das gerade jetzt ein bisschen chaos haben wir die vier haltestellen sind ja ein paar haltestellen ich hätte es jetzt auch das machen müssen ich mache es so bildung durch so also das ganze ding noch mal wir springen zum point lobos stellreise ich will mein bus wieder haben dass wir weitermachen können mit der ganzen schose es tut mir gerade ein bisschen leid dass wir jetzt gerade ein bisschen chaos so ich muss mal gerne ganz kurz schon ausziehen so also los aber nicht indigo hilf nein nein ich will mit dem bus eigentlich die ganze halte stelle starten wirklich verarscht jetzt gerade so lasse ich raten du darfst du bist jetzt einfach unterwegs willst du fahren oder kontrollierst du ich will eigentlich fahren lass mich einfach das ist eine große pause genau so gleich vor der venue eine zahlstelle ist das überhaupt unsere für unsere halte stelle so sind wir bei der geschichte da kann man auch ausfahren ja war können Können Fußball-Mamas eigentlich Papa-Witze reißen? Bestimmt! So, also gut, Abzug, Levenor Avenue! So, also, dann noch die ganze Schose, ja, wir haben jetzt ein bisschen abgebrochen, wir werden sie auf jeden Fall dann nochmal fahren müssen und dann wird es passen. Ich hoffe, dass wir dann alle fünf, das sind dann einige alte Stellen mehr haben. Dass wir dann hoffentlich in der nächsten Folge übernehmen, was das Ding durchfällt. Okay, wo sagst du es dir? Ach, das ist die Acht, das ist der andere Alte, die sind verstanden auf die anderen Kollegen. Ich würde so gerne Fanfiction zu Spring of Affection schreiben, die Charaktere sind so interessant. Deswegen könnten wir die auch nicht aufwerten. Wir werden ja auch abfahren, die Haltestelle, die ist ja auch mit drin hier. So. Wir werden die Haltestelle hier vorne, die brauchen wir jetzt nicht. Du musst unbedingt stehen bleiben, damit du da, damit du den noch reinlässt. Ne? Super. Dankeschön. governo, die Seite andere, dass ein restored ist. Okay. der video auf vier ich habe es wenn ich so früh aufstehen muss jetzt heute alle fahrgarten da wird einer blockiert doch die tür dass sie jetzt also noch die ganzen spiel ich brauche eine fahrgarte so ja hälfte nicht sonst was das ist halt das nervige gut jetzt ein schönes die kliff ich glaube der jetzt habe ich jetzt recht ja ja der muss man kann ich auch gerne auf muss schmeißen was gerne hast das ist die halte vor dem bus hinter uns ich war ein bisschen irritiert so die sind hier vorne ja fahr doch vor alter alter manche autofahrer wo ich mir denke da kommt einmal sieht er kommt ein bus runter geschossen was macht man ja ich war vor allem vorbeikommen egal alles gut nicht auf kliff rein raus nehmen kliff hier mal raus nehmen was der halte stelle ja so einfache fahrt bitte normalerweise mache ich immer zwei stadtteile pro halbroote damit dass ich es zu lange wird aber diesmal dass sie halt einfach nur einzelne dinger die jetzt fehlt daher ist es nicht so schön so genau hillside stop das ist glaube ich dieses wende die mitnehmen müssen ja er hat jetzt gezögert ziemlich durchgefahren normalerweise der vorfahrt kann so was wenn ich bei heim arbeite öffnet meine tochter manchmal die tür und sitzt einfach auf meinem schoß sich alles an was ich so mache und nimmt an den meetings teil das ist echt süß normalerweise kein pumpenlummer so lasse ich euch nicht raus aber jetzt mache ich das mal ist egal selbst wenn ich jetzt außerfahrer mäßig fahre das ist egal so hillside stop das ist glaube ich eine halte stelle nämlich die nächste auch so was tommy die war dieser schon sechs oder sieben die brauchen eigentlich nicht aber ich habe sie jetzt wegen der wendig stelle mitgenommen ich weiß nicht ob ich mit dem fahrer wäre ich brauche sie dich beide nicht weil dann wäre ich mit himmerisch komme ich durch ja wir wissen wir müssen durch die weltzeit stop die neue ausgabe dann ist jetzt auch gegessen so ich bin mir doch sehr klein was der plur aus der rute neben oben so meine enkel spielt immer video spiele ich wünschte wir hätten damals so etwas gehabt so so gut normale fahrgarten einfach fahrgarten ja ein total aber schon mal wieder geschafft heute sehr gut ist doch schon wieder ein bisschen was zu tun jetzt fehlen jetzt noch fünf ich habe zwei habe ich meine eigene liste vergessen warum auch immer die war jetzt natürlich erst mal klar das ist jetzt ein bisschen blöd kann das jetzt so dass das jetzt so ausläuft aber wir waren der nächste folge die noch mal durchfahren müssen ohne diese ecke hier ob ich da was vergessen so klar wir müssen jetzt hier werden und ich hätte auch hier finden können aber so war ich mit dem gelämpfer ist ein bisschen schwieriger als allerdings größer als klein ich weiß dass ich zu spät bin so ein fahrer für seine fahrkarte alles verkauft und weiter geht die reise ja wie gesagt in der nächsten folge nehmen wir die ecke hier gar nicht mehr mit und tippa mit ist ja jetzt auf fünf alles ist jetzt hoch so wie das sein soll 9 wie gesagt das ganz große ding wenn ich euch noch mal was ist hier los das ist mir scheiß egal 1300 wie gesagt klar ich glaube ich habe die karre geflippt ja ist mir egal was ich war da ja ich habe bei uns so die letzte stelle ist die kröße der kunst und der fehlt uns auch noch auf dieser liste das ich glaube ich für ich glaube ich für ich habe spiel oder so das ist die 6 es könnte aber auch in der stadtteil nachher dass sie wie gesagt dass sie wissen was war das was machen sachen kollega das kann ich künzenpreise zu künzen zu welchen stadt gehört denn das das ist hier hier kommt es neu ok ok machen wir so gut Das ist glaube ich das letzte Tafiql-Spiel, ne? So, da sind wir! Aber sie gibt's noch auf 5 durch... ne, da fehlt noch eine Einstellung! Chipsywallat Avenue. Chipssewallat! 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 Chipssewallat, Kraft! Chipssewallat, Kraft! Chipssewallat, Kraft! Chipssewallat! alle rücken sie durch dann fahren wir sie noch einmal ab zurück zur lobos avenue schlafmütze ach du bist das na gut dann geht es weiter so ja mal gucken ob diese folge noch ein stadtteil war er weiterer stadtteil fällt welcher vor allem also eine arbeit zu gestriffen mit timber der haben wir jetzt auch fünf das sind wie gesagt ohne vier halte stelle gewesen die nächste halte kapiert die haben uns auch nur vier verfallte stelle ist wir sind schon ein paar die oben so durch so auf geht's die geht jetzt eigentlich alles ziemlich schnell hoffentlich ich glaube wenn alles gut also wir jetzt auch bald sind wir auch schon wieder zwei drei jahre ein dings fängt die gehölle fällt hoffentlich bald das ist nämlich die point lobos avenue die da drin ist 2 das ist ja die die sich hier ist es ihr wollt alter was kommt die verfolge auf ich glaube erst mal die kollegen auf dem brust du kannst du durchfahren ok so viele leute also wenn wir alle vier wegkriegen würden wir das geil muss ich sagen aber das wird nicht passieren dafür ist es glaube ich noch nicht zu viel ich hoffe dass der heutige fahrer für den ist die pausenloser video lässt uns in die gehöre von der liste streichen so die nächste wäre dann hier die also das hat man sogar schon fast alles durch und die nächsten werden ja dann hier die 2 und auch glaube ich dann ich glaube dass wir nur noch die es müssten ja also wie gesagt wenn jetzt hier zivio die kipps bay fallen dann müssen wir eigentlich alles durch haben ja man ist richtig weil ich es richtig gesehen habe weil es fällt jetzt meiner mann und hat sie view die kipps bay ja dann hätten wir die beiden noch das heißt da sitzen wir schon ich werde für die kipps bay ja alle parks sind jetzt sie kam ja raus in die route machen sie erst mal so wie es ist so weg damit so gut ha bald 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 ist es durch dann hätten wir es auch fast fertig kann man die hier löschen dann kann man die letzten sagen gehen jetzt weitergehen das sind dann auch noch zwei sind jetzt auch vierhalte stadtteile stadtteile wobei diese zwei einzelne dinger lassen wie ihr selber schon wisst und dann haben wir es geschafft liebe leute dann haben wir zwei dinger noch dann die ganz große mission auf die vier sterne die mache ich auch für die route fertig und alle einfache natürlich wüsste jetzt wo es jetzt noch ein fahrrad fahrrad sind die tür blöcke hier wird es nicht zu spät mehr kreis mit schaust kein fahrgäste rausschmeißen kannst das ist ja schon geil weil wir dann doch irgendwie option aussehen können ja wie reagierst du für viele fahrgäste freundlich sauer kannst raus schmeißen sowas halt das finde ich cool noch das ist dann zum beispiel die fahrgäste auch mehr als dort immer dasselbe zu quatschen machen dass die ja gewisse scheiße bauen zum beispiel sagen okay ich beschmiere jetzt irgendwas nicht dass du mein müll jetzt dauerhaft die geschläge die füße hoch solche dicke werke zum beispiel so ein bisschen mehr liebe mit reinsetzen das finde ich cool aber am 18 da war es ja so manchmal so dass sie dann öfters mal um die müll liegen gelassen haben die kaffee die kaffee to go becher weißt du wie sie euch meine diese pappbecher lagern das war die brüste doch wo der pappalee oder aus nachweist was ich so was heißt ja noch mal wie geil das habe ich noch mitbekommen sind wir doch gehört auch so jetzt auch die stelle wäre zur nächsten folge werde ich euch eine neue route wenn ich euch eine neue route anstellt das heißt wir werden die hier mitnehmen sie alle stellen die doch hier so ein bisschen fehlen werden dann die letzte behalten aber wenn man schaue ich jetzt gleich noch ein ort und raus weil es fehlen ja wie gesagt auch welche mit drei worten kann ich quasi in drei stadtteil kann ich ja quasi auf eine rote baut ich habe jetzt hier vier eingesetzt oder wäre das die letzte rote die er noch fehlt ja die zumindest uns noch unsere klugen liste fehlen und dann hätten wir es geschafft mit dem mit dem mega ding an hier diese alle fall schon auf 500 und so alle rote auf 5 einsetzen die theorie dass sich kleine katzen untereinander kreuzen können das sind sogar für homas und luchse die heilige stelle so jetzt hoffe ich das sagt man doch so weit bis der kollege da weg ist aber haben wir jetzt gerade hoch und jetzt hoffe ich dass wir die letzte hier durch und könnte damit die müsste als die kipps b auch von der liste unter cool dann haben wir zu dieser folge tatsächlich ist geschafft zwei komplette mit dem damit und mit die gibt es fertig zu kriegen dann fehlt es nur noch tatsächlich die alte einsteck ob ich in cbw zwei jahre schon in cbw genau und dann fahren wir irgendwann rüber aushaber und valley spring gut das heißt die wir finden das heißt ich brauche ich eine neue route gleich wieder die zu den start der nächsten folge die wieder raus heute der nächsten folge geht es dann weiter mit sanke's valley spring und kurs mit cbw valley spring und aber die für dich haben aber die große mission geschafft ich freue mich auch wieder wenn er dabei sein würde bis dahin ja